Tour Ankündigung 23 Herzlich Willkommen zur Deutschlandtour Nr. 23 Erfahren Sie hier und jetzt auf Ihres Strand in diesem Jahr von der Tour bei Trophies. Wir fangen ganz in der Süde von Deutschland an, ungefähr hier in Ravensburg. Und dann so gehe ich ganz nach der Auge, es macht eigentlich gar keinen Sinn nach Hamburg. Und dann in die Weste von Deutschland zu gehen, beide hier, aber noch hier, macht Geld. Und danach zu gehen nach Braunstein, ich habe keine Ahnung wer da ist, vielleicht ein Supermarkt oder so. Was soll das sein? In Deutschland. Das sieht aus wie ein Ei. Ein Ei? Ja. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Richtig, Italien. Was ist das? Keine Ahnung. Frankreich. Genau. So. Wenn Italien kann sein ein Schuh und Frankreich kann sein ein Brot. Warum durchschenken kann nicht sein ein Ei. Okay. Was ist das?